Hallo, ich bin der Daniel von Ischbe, bin 46 Jahre alt und komme aus dem Tiroler Platznauen. Musik ist meine ganz große Leidenschaft und es freut mich, wenn ich anderen Leuten mit meinen Liedern ein Lächeln ins Gesicht zaubern darf. Ich habe bereits meine dritte CD veröffentlicht und mit dem aktuellen Album Sehnsucht konnte ich schon einige Erfolge erzielen. Nun wäre es halt schön, wenn ich einmal vor großem Publikum spielen dürfte und darum möchte mich bei euch beim Donauinselfest 2022 beim Rock the Island Contest bewerben. Ich hoffe sehr, dass ich von euch eine positive Nachricht erhalte und es wäre bestimmt eine Riesengaudi da mitzumachen. Also dann, ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe und bleibt gesund. Euer Daniel von Ischbe. Musik Musik